Und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin zu der Video begrüßt euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe zu den ÖPNV News. Ja, es ist mal wieder soweit. Ich muss mich entschuldigen, ein paar Stunden später als sonst gewohnt, aber einfach mal gefühlt bei 3000 Grad ist es doch schon eine ganz harte Nummer. Ich habe aber immerhin ein paar Themen noch rausgesucht und diese möchte ich euch heute hier zeigen. Und natürlich könnt ihr das dementsprechend alles wieder unten in der Videobeschreibung finden und euch da genau belesen. Und zwar fangen wir heute mit dem ersten Thema an und es handelt sich hierbei um ein relativ cooles Addon, wo ich mich schon sehr, sehr drauf freue. Und zwar ist es hier das S25 Addon für den Train Simulator von Dovetay Games. Und hier sehen wir den Berlin-Gesundbrunnen in weiteren Bildern. Auf der Seite von Jahn gibt es da wieder natürlich ordentlich Text zu lesen. So ein bisschen Geschichte. Wer sich dafür interessiert, kann das mal gerne sich durchlesen. Aber da solltet ihr euch schon ein paar Minuten Zeit nehmen für. Das ist doch schon ein großer Text. Der hält uns da immer dementsprechend auf dem Laufenden. Auf jeden Fall ist das ein Addon, wo ich persönlich mich am meisten sehr, sehr freue, was so in dem Train Simulator jetzt in den letzten Monaten so erschienen ist. Dieses Addon freue ich mich mega drauf. Natürlich ich als Berliner und S-Bahn und Nahverkehr. Es wird alles großartig. Ich bin mal gespannt, wann das Ganze jetzt endlich mal erhältlich ist. Noch gibt es keinen Release-Termin und keinen Preis. Von daher müssen wir uns noch ein bisschen abwarten und uns diese Bilder weiterhin inhalieren, damit wir mehr davon irgendwann mal zu Gesicht bekommen. Vielleicht ist es dieses Jahr schon, man weiß es nicht. Aber wir rechnen eigentlich schon stark mit einem Release-Termin im nächsten Jahr. Aber wie gesagt, diese Bilder, ihr seht es selber, sieht einfach nur großartig aus. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Das nächste, was wir haben, ist ein neues Addon für Tram München. Wurde jetzt ja nun angekündigt und das soll jetzt mit dem Major-Update 1.1 jetzt am 13.09.2019 erscheinen für den Lotus-Simulator. Und dieses bringt natürlich viele, viele neue Futures. Allerdings aber auch einen negativen Aspekt, denn aktuell ist ja Tram München aktuell für den Preis von 29,99 Euro erhältlich. Ab dem 13.09.2019 kostet das Ganze dann 34,99 Euro. Das wurde so von dem Entwickler angekündigt, schon seit Release, dass das Ganze dann später irgendwann mal teurer wird. Und jetzt ist der Stichpunkt. Also habt ihr jetzt noch insgesamt zwei Wochen, um euch den Tram München vergünstigt zu kaufen für 29,99 Euro. In dem neuen Update sind halt viele, viele neue Futures mit drin. Und das Große ist natürlich, die Map der Linie 27 ist komplett mit allen Details fertiggestellt. Weitere sind Signaltafeln auf Abspann-Drähten platziert. Alle Weichen können nun vom Fahrzeug ausgestellt werden. Weichensignale funktionieren, funktionsfähig gemacht. Ampelanforderungen für Tram eingebaut. Baustellen am Sedlinger Tor mit vier neuen Funktionen. Kleinere Bugs ausgebessert. Und es gibt natürlich auch wieder einige neue Funktionen bei der Straßenbahn. Ibis-Routenfahrplan und Ansagen für Linie 27 hinzugefügt. Ibis-Trennung von Ausstiegs- und Starthaltestellen. Sedlinger Tor, dynamische Wagen-Nummer, Repaints, Weichenstellen per Weichenschalter, Weichen werden automatisch per Ibis gestellt, Fahrerfigur eingefügt, was natürlich eines der neuesten Highlights ist, Anpassungsanimation der Kilometerzählers, Notbeleuchtung eingebaut, Innenbeleuchtung und Zugspitzensignal. Wir sind beim Rangieren nun auch automatisch eingeschaltet. Multiplayer-Script-Anpassung. Fahrzeug ist somit fertig vorbereitet für den Multiplayer. Rangierpult-Script-Logik-Anpassung. Und wir haben einen Beleuchtungsfehler. Rangierpult-Element, das wurde korrigiert. Und ja, es gibt noch so das eine oder andere, denn hier wird nämlich noch von einer kleinen Überraschung gesprochen. Diese wird natürlich hier aber nicht angekündigt. Aber auch da werden wir euch dementsprechend auf den Laufenden halten. Wie gesagt, Update 1.1 erscheint, denn am 13.9.2019, da ist es geplant, dass es dann da erscheint. Es kann immer mal wieder noch was dazwischen kommen. Aber wir hoffen, dass es einfach mal alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und die Fahrerfigur, naja, das ist, da kann man sich jetzt so auf jeden Fall so seinen Gedanken machen. Projekt Gladbeck hat natürlich auch wieder was Neues wieder hier auf die Beine gestellt und fragt jetzt gerade so ein bisschen rum, ob da Interesse besteht. Wir wissen noch nicht so ganz, was wir davon halten sollen. Und zwar handelt es sich hier um eine neue Busfamilie und zwar um eine Solo-Neoplan-Busfamilie in einer westlichen Version. Ihr könnt gerne an der Umfrage mit teilnehmen, aktuell auf Facebook. Dort könnt ihr euch selbst mal austoben. Viele, die dort schon bereits geschrieben haben, sind für ein Projekt, dass es ein Solo-Neoplan-Buspaket gibt. Der ein oder andere sagt sogar, dass das eventuell sogar kostenpflichtig vielleicht so gemacht wird, dass das Ganze wie in der Art, ja, wie die MAN-Stadtbusfamilie entsteht, dass man so halt noch viele Futures während der Fahrt zum Beispiel noch einstellen kann. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu hier in die Kommentare posten. Was sagt ihr denn dazu? Ich finde aktuell hat OMSI-Projekt Gladbeck doch gerade relativ viel zu tun, um sich jetzt noch ein weiteres Projekt zu kümmern, muss ich sagen. Ist doch schon relativ viel. Auch ist hier bei OMSI-Projekt Gladbeck jetzt soweit alles fertig, was das neue Mini-DLC angeht. Diese ist jetzt gerade eine Beta-Fassung und es gibt natürlich auch schon Videos dazu im Internet, könnt ihr euch mal anschauen. Ich glaube, dass Mario war es gewesen, welches sich das neue Mini-DLC schon angeschaut hat. Da könnt ihr ja gerne mal bei YouTube schauen. Aber auf jeden Fall, diese Umfrage, die ist hier in der Videobeschreibung mit drin. Da könnt ihr ja gerne mal dran teilnehmen, wenn ihr Bock auf eine Solo-Dioplan-Busfamilien-Paket habt in der westlichen Version. Dann haben wir ein neues Add-on, oder nicht Add-on, doch DLC, der aber kostenlos ist für den Fernbus-Simulator. Und zwar handelt es sich hierbei um Koblenz und Rüdesheim, welches, wie gesagt, komplett kostenlos ist und auch bereits jetzt schon demnächst erscheinen soll. Das ist auch noch so eine schöne Sache. Das soll jetzt wohl in der nächsten Zeit jetzt für den Fernbus-Simulator kostenlos geupdatet werden. Ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht daran erinnern. Das gab es scheinbar dann nicht, war noch nicht drin gewesen. Aber auf jeden Fall finden wir das eine coole Sache. Man hätte da natürlich auch wieder Geld verlangen können. Das Ganze kommt natürlich von TML Studios. Und ja, wir werden euch dementsprechend auf den Laufenden halten, sobald dieses Update denn da ist. Werden wir uns das auf jeden Fall mal anschauen, denn ich habe ja schon länger geplant, den Fernbus-Simulator hier im Let's Play mit aufzunehmen. Lassen wir uns überraschen, ich würde mich freuen. Und ja, dementsprechend ist vielleicht die Wartezeit zu dem Frankreich-DLC vielleicht gar nicht mehr allzu weit entfernt. Und zu guter Letzt, es ist, ja, mal da, mal weg, mal wieder da, mal wieder weg. Aber jetzt gibt es schon ein richtiges Video auf YouTube zu sehen und zwar von diesem Kollegen hier, dem VDL-CTR-LLE. Und das ist, ja, da muss ich sagen, freue ich mich drauf. Denn das ist zum Beispiel ein Bus, den es hier so ja noch nicht für Omsi erhältlich ist. Jetzt, wie gesagt, scheint es nun doch wieder weiterzugehen mit diesem wundervollen Paket. Ich weiß, der VDL gehört nicht zu den hübschesten Bussen. Aber es ist jetzt nun mal so, dass der jetzt hier nun mal in Berlin rumfährt. Und möchte ich ihn auch unbedingt irgendwann mal fahren wollen. Und jetzt ist es halt so weit, da gibt es jetzt, wie gesagt, ein komplettes Video dazu. Findet ihr in der Videobeschreibung, könnt ihr euch anschauen. Das ist nicht zu vergleichen mit dem VDL-Berghof, wo man das Ganze ja so ein bisschen mit Repaints und so in einem VDL-CTR-Repaint praktisch so aussehen lassen kann. Sondern es handelt sich hierbei um ein echtes Fahrzeug von VDL. Und von daher sieht das Ganze auf jeden Fall, ich habe mir das Cockpit angeschaut, das sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr ansprechend aus. Auf jeden Fall, guckt euch das Video an. Ich würde mich freuen, wenn dieses irgendwann mal hier erhältlich ist. Denn können wir da wieder auf X10 mal wieder ordentlich rund drehen. Mal mit einem Bus, der ja nicht ganz so große Fälle hat. Aber von daher finde ich das eigentlich ziemlich cool. VDL-CTR, ich glaube, je hässlicher man das findet, desto hübscher wird es irgendwann. Ich weiß es nicht, ihr könnt ja gerne mal so in die Kommentare posten, was ihr davon so haltet. Mit der VDL-CTR für OMSI 2 könnt ihr, wie gesagt, euch jetzt in der nächsten Zeit eventuell zum Download runterladen. Wenn es soweit ist, werde ich euch dementsprechend natürlich auf dem Laufenden halten. Und das war es eigentlich schon von diesen News. Aber wie gesagt, bei 3000 Grad hast du nicht Bock, denn hier 5000 Grad hier in der Wohnung zu haben, wenn du die ganze Zeit hier vorm Rechner sitzt. Aber wie gesagt, es sind halt wieder so kleine Themen, die halt immer so ein bisschen das Ganze immer so auffällen, auffrischen. Und man sieht halt einfach, ob es jetzt ein Lotus ist oder ein OMSI, diese Simulatoren werden einfach so in den nächsten Jahren einfach nicht aussterben. Da gibt es einfach viel zu viel Content, der immer wieder nachgeliefert wird. Und das ist für mich ein Punkt, dass diese Simulationen einfach eine mit der besten Simulationen sind. Und ich glaube, da wird es TML Studios echt schwer haben zukünftig, wenn die das nicht langsam mal gebacken bekommen, dass sie ihre Simulatoren halt modfreundlicher gestalten. Aber auch das ist ein Punkt, da könnt ihr gerne so in die Kommentare posten. Was haltet ihr denn davon, dass TML Studios es einfach nicht so wirklich hundertprozentig gebacken bekommt, außer Repaints, dass man das Ganze da kreieren kann, irgendwelche neuen Strecken hinzuzufügen oder sonstiges? Dann nutzt doch mal die Kommentarfunktion, schreibt das doch mal rein. Und dann können wir uns hier vielleicht eine kleine Diskussion mal anschließen. Und als klein letztes würde ich hier doch gerne so Eigenwerbung machen wollen. Und zwar sind wir zukünftig jetzt auch auf Instagram. Das Ganze wird beobachtet von unserem Phasus, der jetzt auch im Team mit ist, mittlerweile jetzt hier von ÖPNV Simulation. Der kümmert sich jetzt um das Ganze, was jetzt Instagram angeht. Wir haben demnächst eine eigene Website. Und das wird gepowert, das wird beobachtet von unserem Joe. Der hat das Ganze eingerichtet. Der wird das Ganze auch soweit beobachten, wenn es Fehler und sowas und so weiter gibt, werde ich mich da halt immer an den Joe wenden. Da wird es dann auf jeden Fall demnächst jetzt auch eine eigene Website geben für ÖPNV Simulationen, wo ihr dann zukünftig dann zum Beispiel auch eigene Podcasts von uns finden werdet. Wo ich dann mir ein paar Leute zusammenschnappe und dort dann mal so ein paar spannende Themen ansprechen werde. Aber wie das Ganze noch so 100% abläuft, ist noch nicht so wirklich fest. Da muss ich mir noch so einen kleinen Plan machen. Und wir haben noch im Team unseren Lebendig, der sich hier um die ganzen News kümmert und der hier so ein bisschen die Website ebenfalls ein bisschen füllt mit Daten. Ja, also da werden es dann so in der nächsten Zeit so viel mit der Website und mit Instagram passieren. Das Ganze findet ihr natürlich unten auch in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr das nicht schon getan habt. Und sonst wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns dann hoffentlich zu den nächsten News wieder oder eventuell zu einem neuen Projekt hier auf diesem Kanal. Damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!